Herzlich willkommen zum Video über die Entwicklungsphasen von Unternehmen. Mein Name ist Jobst Hartmann und ich werde diese im Folgenden anhand von Beispielen erklären. Zu Anfang erläutere ich Ihnen die Gründungsphase, danach erzähle ich Ihnen einiges über die Entwicklungsphase, als letztes dann erkläre ich Ihnen die Liquidationsphase näher. Zu Beginn meiner Präsentation steht die Einleitung in das Thema, gefolgt ist sie von der Gründungs- oder auch Pionierphase genannt. Mein Beispiel für diese Phase ist die Artimines Robotics GmbH. Als nächstes dann folgt die Entwicklungs- oder auch Betriebsphase genannt, wobei dort zwischen einer positiven Entwicklung, zu welcher ich das Beispiel der Heriaus Holding GmbH nenne, und einer negativen Entwicklung, welche ich Ihnen mit dem Beispiel der Solar World AG versuche näher zu bringen, unterschieden wird. Die letzte Phase, die Krise- oder auch Liquidationsphase ist danach dran und als Beispiel für diese Phase nenne ich Schlecker. Zu guter Letzt folgt mein Fazit, indem ich Ihnen das Thema aus einem anderen Gesichtspunkt nochmal näher bringe. Im Durchschnitt existiert ein Unternehmen in Deutschland 18 Jahre lang. Während dieser Zeit durchläuft es drei Entwicklungsstadien, die sich durch einige Indizien erkennen lassen. Am Anfang befindet sich das Unternehmen in der Pionierphase, wobei dort die grundsätzlichen Anforderungen der Unternehmensgründung zu beachten sind. Nach der Pionierphase folgt die Betriebsphase, in der sich ein Unternehmen vor allem mit seinem Wachstum beschäftigen muss. Während dieser Phase kann es einen positiven Verlauf bis hin zur Expansion oder einen negativen bis hin zur Krise geben. Die Krise selbst stellt die Letztlebensphase eines Unternehmens dar. Sie folgt aus einer nicht rechtzeitig abgewendeten negativen Entwicklung und stellt das Unternehmen vor die Aufgabe, alles erdenklich Mögliche zu tun, um dieses vor einer drohenden Insolvenz zu retten. Kommen wir nur zu der Gründungsphase, die auch Pionierphase genannt wird. In dieser Phase werden sämtliche Themen, die die Gründung als Ganzes betreffen, bearbeitet. Ein Sonderfall der Unternehmensgründung ist die Einbringung anderer Unternehmen in das eigene. Hierbei wird zwischen drei Arten unterschieden. Bringt sich ein Unternehmen beispielsweise nur mit finanziellen Mitteln in die Gründung ein, spricht man von einer Bargründung. Von einer Sachgründung spricht man dann, wenn sich ein anderes Unternehmen mit Maschinen, Betriebsmitteln oder anderen Sachgütern einbringt. Bringt sich eine Unternehmung jedoch mit sowohl Sachmitteln als auch finanziellen Mitteln ein, handelt es sich um eine gemischte Gründung. Für die Gründung selber sind vor allem fünf Schritte wichtig. Bevor man sich dazu entschließt, ein Unternehmen zu gründen, muss eine ausreichend ausführliche Marktanalyse durchgeführt werden, um zu sehen, ob man mit seinem Geschäftsmodell oder mit der produzierten Ware gute Aussichten auf Erfolg hat. Ebenso wichtig ist die Standortwahl. Wie der Name sagt, beschäftigt sie sich mit der Auswahl des richtigen Standortes für das Unternehmen. Faktoren für die Wahl können beispielsweise die Infrastruktur oder die lokalen Gesetze und Richtlinien sein. Im selben Schritt muss sich die Unternehmensleitung, welche zumeist noch nur aus einer Person besteht, die passende Rechtsform aussuchen. Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass die Rechtsform zu dem Unternehmen passt. Um das Unternehmen schließlich gründen zu können, bedarf es Startkapital, das erst noch beschafft werden muss. Hierzu müssen Gespräche mit Investoren oder Banken erfolgen. Als letzten großen Schritt in der Pionierphase gilt der Organisationsaufbau, der sich mit der Einteilung aller Aufgaben auf verschiedene Verantwortungsbereiche befasst. Kleinere Aufgaben, die darüber hinaus noch erfüllt werden müssen, sind zum Beispiel die Eintragung in das elektronische Handelsregister oder die Anmietung von Räumlichkeiten. Wichtig bei der Gründung eines Unternehmens ist, dass sich unerfahrene Gründer stets den Rat von Fachleuten einholen sollten. Um die Pionierphase näher zu erläutern, habe ich die ArtiMinds Robotics GmbH als Beispiel gewählt. Dieses junge Unternehmen wurde im Jahr 2013 von zwei Absolventen der lokalen Hochschule in Karlsruhe gegründet. Es befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Software für Roboter sowie der Erbringung sonstiger Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die beiden Gründer haben sich 2003 in einer Vorlesung kennengelernt und den Gedanken gefasst, sich später einmal selbstständig zu machen. Die Marktanalyse ist hier demnach über mehrere Jahre erfolgt. Die Software von ArtiMinds ist nach eigener Aussage besonders schnell und spezialisiert. Damit haben die beiden Gründer eine Marktlücke getroffen. Als Ergebnis für die Standortwahl folgt Karlsruhe, da eine Softwarefirma nicht unbedingt eine exzellente Infrastruktur benötigt, das Roboticsinstitut der Hochschule jedoch schnell zu erreichen ist, um Software zu testen oder Forschung zu betreiben. Des Weiteren kommen jährlich viele motivierte Absolventen vom Karlsruher Institut für Technologie, wie die örtliche Hochschule heißt. Die Rechtsform wurde die GmbH, weil so eine Absicherung im Fall einer Krise existiert. Finanziert hat sich ArtiMinds viel über Preisgelder von Innovationswettbewerben und Überförderungskredite. Der Organisationsaufbau selber ist den Gründern sehr wichtig. So achten sie auf regelmäßige Kommunikation, Aufgabenteilung und effizientes Arbeiten. Als nächstes möchte ich die Entwicklungsphase oder auch Betriebsphase näher erklären. Die Betriebsphase ist durch Entscheidungen, die sich auf das Zusammenspiel von güterwirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und informellen Prozesse beziehen, geprägt. Besondere Themenbereiche sind hier die Markterschließung, welche eine Eröffnung von Absatzmöglichkeiten durch Überwindung des Marktwiderstandes darstellt, die Diversifikation, welche die Ausweitung des Leistungsprogramms auf neue Produkte und Märkte darstellt, die Akquisition, welche bedeutet, dass andere Unternehmen teilweise oder gänzlich käuflich erworben werden und zu guter Letzt sorgt die Unternehmensführung für Kooperation mit anderen Unternehmen. Kooperation bedeutet, dass Unternehmen zusammenarbeiten, deren beider Selbstständigkeit allerdings gänzlich unberührt bleibt. Sie bleiben beide souverän. Die Entwicklungsphase befindet sich jedoch zu jeder Zeit auf einer Wippe zwischen negativer und positiver Entwicklung. Die Entwicklung wird durch negative Einflussgrößen auf der einen Seite und durch positive Einflussgrößen auf der anderen bestimmt. Die Einflussgrößen werden in zwei Kategorien unterteilt. Es gibt interne Einflüsse, die sich auf alles, was sich im Unternehmen abspielt, beziehen und es gibt externe Einflüsse, die von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Negativbeispiele für externe Einflüsse sind zum Beispiel lange Lieferzeiten. Interne wären hier zum Beispiel Managementfehler. Positiv würden externe Einflüsse durch beispielsweise kurze Lieferzeiten und interne Einflüsse durch gutes Marketing beschrieben werden. Die Entwicklung läuft in die Richtung, in der die Einflussgrößen überwiegen. Nun komme ich zur positiven Entwicklung. Diese folgt aus einer Überwiegung der positiven Einflussgrößen im Vergleich zu den negativen. Sie wirkt sich in fast allen Unternehmensbereichen gleichzeitig aus und ist so auch zu erkennen. Im Marketingbereich ist eine positive Entwicklung an einer Umsatzsteigerung zu erkennen. Im Fertigungsbereich steigt die Auslastung und Stückzahl von produzierten Waren und im Personalbereich wird mehr Personal eingestellt oder benötigt. Infolge einer lang genug anhaltenden positiven Entwicklung folgt zumeist eine Expansion des Unternehmens auf einen weiteren Standort. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen drei Arten von Expansion. Die eigenständige Expansion, bei der sich das Unternehmen selbst um den Kauf eines Gebäudes oder Grundstücks kümmert. Den Aufkauf von Unternehmen, wobei hier ein anderes Unternehmen mittels Sach- oder Barmitteln den Eigentümer wechselt. Und den Zusammenschluss von Unternehmen, wobei diese Expansion im Gegensatz zur Kooperation den Status der Souveränität eines oder beider Unternehmen auflöst und eine gemeinsame Führung eingerichtet wird. Als Beispiel für die positive Entwicklung führe ich die Entwicklung der Heraheus Holding GmbH an. Dieses Unternehmen wurde 1851 in Hanau gegründet und ist im Edelmetall-, Elektronik- und Umweltsektor einzuordnen. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,9 Milliarden Euro und zählte zu den 15 erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands. Am Anfang verfügte das Unternehmen über ca. 40 Arbeitskräfte in einem Standpunkt. Im Ersten Weltkrieg wuchs das Unternehmen stets weiter und expandierte bis dato mehrfach. Positive interne Faktoren waren der Erfinderreichtum der Arbeitskräfte und der Firmenbesitzer. 1939 dann hatte die Heraheus Holding GmbH einen Umsatz von 20 Millionen Mark bei 1000 Beschäftigten. Trotzdem viele Standorte im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden, erholt sich das Unternehmen und expandierte 1958 erstmals ins Ausland mittels eigenständiger Erweiterung. Bis heute wächst das Unternehmen kontinuierlich und expandiert weiter. Die negative Entwicklung folgt im Gegensatz zur positiven Entwicklung aus negativen Einflussgrößen. Diese sind ein negatives Pendant zu denen der positiven Entwicklung. So ist das Gegenteil von kurzen Lieferzeiten als positive Einflussgröße, extrem lange Lieferzeiten oder Engpässe als negative. Das Management muss versuchen eine negative Entwicklung schnell zu erkennen und rechtzeitig umzukehren. Indikatoren, die dabei helfen, sind beispielsweise sinkende Umsätze, steigende Kosten, sinkende Produktivität oder aber abnehmende Rentabilität. Als Folgen sind Rückgänge des Marketings und der Liquidität des Finanzbereiches möglich. Im Extremfall droht dem Unternehmen eine Krise. Um die negative Entwicklung auch noch einmal näher zu erläutern, habe ich als Beispiel die SolarWorld AG herangezogen. Dieses Unternehmen wurde 1998 in Bonn gegründet. Es ist ein großer Solartechnologiekonzern. Als es gegründet wurde, wuchs es so schnell, dass es bereits ein Jahr nach seiner Gründung an die Börse ging. Im Jahr 2010 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro. Zwei Jahre später jedoch ist er um fast 60% auf rund 600 Millionen Euro gefallen. Schuld daran ist der Solitium-Preis als externe Einflussgröße, da dieser in den Jahren deutlich gefallen war, aber die Verträge noch alt waren. So zahlte das Unternehmen mehr als seine Konkurrenten für den wichtigen Halbleiter und konnte mit den Preissenkungen nicht mitziehen. Außerdem war das Kaufinteresse an Solaranlagen gefallen, weil die Subventionen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, gesenkt wurden. 2014 jedoch restrukturierte sich SolarWorld und erholte sich wieder von der negativen Entwicklung. Heute hat es wieder einen Umsatz von ca. 800 Millionen Euro. Als letzte Lebensphase durchläuft ein Unternehmen die Krise- oder Liquidationsphase. Sie folgt unmittelbar aus einer nicht rechtzeitig umgekehrten negativen Entwicklung und umfasst im weitesten Sinne die Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit oder die Überschuldung eines Unternehmens. Die Insolvenz kann als ein Ausweg aus der herbeigeführten Krise gesehen werden. Wenn ein Unternehmen groß genug ist, gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dass dieses nicht nur interne Faktoren beeinflussen kann, sondern auch externe Einflussgrößen unterschiedlich stark zu seinen Gunsten ändern kann. Beispielsweise indem so viel Einfluss vorherrscht und die wirtschaftliche Bedeutung so groß ist, dass Steuern nicht erhöht oder sogar Subventionen vom Staat bereitgestellt werden. Die Gründe für eine Krise sind vielseitig. So können sowohl interne als auch externe Faktoren eine Rolle spielen. Beispiele für interne Faktoren sind Fehlinvestitionen, mangelnde Rationalisierung oder der Mangel an Kapital. Externe Gründe können z.B. eine rückläufige Konjunktur oder eine Änderung des Verbraucherverhaltens sein. Beispielhaft möchte ich im Folgenden die Liquidationsphase anhand von Schlecker näher erklären. Anton Schlecker gründete 1975 das gleichnamige Unternehmen Anton Schlecker EK in Ehingen an der Donau. Bis zum Jahr 2008 wuchs das Unternehmen beinahe kontinuierlich und hatte im selben Jahr eine Mitarbeiterzahl von 50.000 und einen Umsatz von 7 Milliarden Euro. Doch bereits zwei Jahre später begann das Unternehmen sich negativ zu entwickeln. Geschäftliche Probleme zwangen Schlecker ca. 500 Filialen weltweit zu erschließen. Schlecker erkannte seine missliche Lage und begann 2011 das Programm Fit for Future ins Leben zu rufen. Mit diesem Ansatz versuchte Schlecker die anrückende Krise abzuwenden. Jedoch blieb es ohne Erfolg, denn 2012 schon suchte Schlecker nach Investoren für eine Restrukturierung der Drogeriemarktkette. Nachdem sich kein Investor gefunden hatte, meldete Schlecker Insolvenz an und schloss bis Mitte 2012 rund die Hälfte der deutschen Filialen. Im Mai eröffnete das Insolvenzverfahren offiziell und zeugte von einem Versagen des Krisenmanagements. Zum Abschluss meiner Präsentation über die Entwicklung von Unternehmen möchte ich noch mein Fazit ziehen. Die Recherche hat gezeigt, dass es in allen Phasen Gefahren und Risiken gibt, die die Unternehmensentwicklung gefährden können. Um diese Risiken abzuwenden, empfiehlt es sich vor allem in der Gründungsphase Rat von Fachleuten einzuholen und Ratschläge erfahrener Kaufleute zu befolgen. Darüber hinaus muss man zu jeder Zeit die Planung des Unternehmens gewissenhaft vollziehen, um Krisen und negative Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen. Im Anschluss sind nun meine Quellen einsehbar. Nun bin ich am Ende meiner Präsentation und ich hoffe es hat Ihnen gefallen und Sie konnten einige Informationen zur Unternehmensentwicklung mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.